So ein Geothermal-Generator ein bisschen. Du hast schon mal geguckt ein bisschen, was du für Müll drin hast. Aber hattest du ja noch nix. Aber das meiste machst du wieder das gleiche, ne? Jaja, jetzt wird es halt nur extremer, weil ich halt viele Leitungswege bauen muss. Und weil du mehr Platz hast. Ja, erstens das. Sowieso, das ist das beste, was überhaupt passieren konnte. Das ist immer noch wirklich geil gemacht jetzt. Schön viel mehr Platz. Ist auch besser so. Achja. Jetzt pumpt der Drecksack die Dampfkacke zurück, oder was? Voll. Dann mach das jetzt. Puff, pump den Dampf da zurück. Puff, den Tank wieder voll. Jo, und hier tust du jetzt das andere wieder rein. Ach, geht auch nicht. Mann! Mann! Heule doch. Ja. Ja, wenn sie funktioniert wie einer es haben möchte, dann ist das schrecklich. Wofür hast du dir jetzt diese Hobby Dampfmaschinen gemacht? Ja, damit die einfach nur ein bisschen auch meine Energie ein bisschen auffüllt. Okay. Also muss ja irgendwie der Dampf über den Tag weglaufen. Mhm. Weil ich kann den Dampf ja eigentlich einfach so lassen. Der muss ja irgendwo hin. Nein! Ich hab's gelöscht. Ja, weißt du? Der löscht das, behält aber eins davon immer. Wett ich drauf. Nein! Guck, kannst du... Weißt du? Oh, Bicycle im Cheat-Mode. Geh doch einfach auf den WSF-Mode. Weil ich vorhin Dings gemacht hab, doch Tag gemacht hab. Ja, dann... Wenn man Tag gemacht hat, oder Tag einfach... Oh, wir möchten einfach gern schlafen gehen. Nein! Wir müssen gleich Cheat. Time-Z-Day eingeben, Bevogel. Und dann brauchst du mal nur hochdrücken. Ja. So, wie viel MJ schaffst du jetzt? Zwei, ne? Schaffst du auch noch mehr bei vollen? Komm, mach da mal ein bisschen mehr Dampf rein, mein Freund der Nacht. Ja. Ach so hast du das gemacht. Ja, ich... Das ist jetzt erstmal nur provisorisch, Junge, Alter. Ja. Das ist jetzt noch... Das sieht ja noch chaosmäßig aus. Ja. Ich glaub, die ME-Leitung, die bleibt so. Und die Energieleitung, die... Kann ich meinen Jetpack laden? Hier, komm mit. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit, staun Sie. Der würde ich vergleichen. Pass auf. Das ist noch robust gehalten hier hinten. Hier. Ganz nach links ein Geothermal-Generator. Ja. Mehr hab ich auch nicht. Oder draußen ein Solar-Panel. Ja, aber das dauert ganz schön lange. Ja. Ah ne, da drunter ist ne Bed-Box. Nur so als Tipp. Ach so. Na dann. Meine Bienen. Und ein Haus hat der Vogel nämlich schon fertig. Ja, na ach. Das ist doch kein Haus, Alter. Das ist nur wieder so ein Bunker wie beim letzten Mal. Äh, wie muss ich denn noch ahhh? Weuuuhhhh. Er will nicht' Mut. Ah, ja. Kennz du doch nicht anders. Mal gucken, wieviel Erde hab' ich denn noch? Oh, das muss ich... was machst du hier ich vertraue dich nicht das weiß ich weiß nachdem ich hallo mit pinken blöcken auf dem dach geschrieben obwohl ja das gut habe ich schon wieder weg gemacht ich muss euch gleich was sagen wenn wir nicht mehr aufnehmen ja er kannst du bitte die erde wieder einsetzen bin schon weg das ist mein haus recycler meine biene immer rein meine überflüssigen bienen haus recycler das aber auch nur abgeguckt ich gucke mir ganz viele sachen ab nicht mein schatz immer weiter meinen gedenken schatz gemeinde drohnen alles hier verschiedene bienen 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 ach so gibt es ja auch ein rezept wie ich den kokofen bau ja wahrscheinlich auf der letzten hast du die deutsche version oder die englische deutsch dann heißt der kokofen steht doch hier 5 sand und 4 leben wieso findet er bei mir nicht weiß ich nicht mach mal statt links klicken machen wir rechts klick musst du manchmal rechtes recipe links klick nein ich weiß das doch aber wenn ich kokofen eingebe dann findet er nur kokofen und kacktus gibt einfach mal nur kokon ich weiß ja nicht wo du kokon ich habe doch eben nur kokon eingegeben du musst ja nicht nach kokofen brixen keine ahnung das ist eigentlich ein hochofen ne ja irgendwie warte ich guck mal wieder wiki reißt kokerei die blogs heißen anders den englischen weiß ich du musst kokorei eingeben ohne witz muss wiki kokorei eingeben ist mehrfach block wieder 3x3x3 ok kokorei heißt es in deutsch und durch das scheiß hier verbunden habe ich glaube ich 100 m i kabel verlegt da kokorei weißt du weißt du weißt du wie viel kabel ich mir gemacht habe und das alles auf präzise weil sie teuer die scheiße war genug auch geil mit sandstein ziegel kannst du das auch machen ja aber warum soll sie nicht ich gucke gerade nur dann heißt das ich brauche noch ein bisschen leben erst mal ich glaube ich hatte hier noch irgendwo was so jetzt mache ich mir noch schnell labertank und dann kann die anderen auch noch laufen weil johnny uns das ja gut zur verfügung stellt warum ist mein crafting monitor warum kraftete read das war die welche farbe hast du komplett weiß schokolade schoko 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 schokolade wireless modem brauchen wir noch ein pc ach scheiße unsere kräftung haben wir erst mal den pc ich brauche noch ein bisschen mehr sand stimmt ja das tun wir verspeisen weil sie in speisen in das weil das modem brauchen wir noch jetzt machen auch zwei stück gleich die ladies ihr sechs haben wieder laser quartz farme hast du wieder nichts ach ja die ressourcen gehen immer so schnell zu neigen das jetzt sowieso du penner hat mir bestimmt was geklaut ich bin froh dass du nicht so viel neta das brauchst du wie beim letzten mal da habe ich gar kein neta doch da habe ich aber nicht viel genommen da hast du auch gecheatert ich habe die kuh eben erst mal in die lava gekickt schweine ich weiß ich würde nie cheaten nein du sagt er gerade der richtige ausgerechnet du schwöre ich du schwörest wenn der schwöre sagt ich schwöre auf bibel nicht auf korra kann jetzt einer sagen warum ich so müde bin aber ich habe einen bug gefunden der zeigt wenn ich material ich habe zeigte mir das nicht als miss im material an keks schokokeks schokokekse schokokekse allerlei ach ja nach hier noch eine ender perle und das war einmal vor langer zeit ein johnny und ein flaschen shooter weil er bis das im namen jetzt auch gefunden ich habe jetzt ab sofort flaschen shooter lp ok zahntoß und flaschen shooter lp ihr nennt mich einfach zahntoß also das hat einen sinn warum wir die so nennen so genannt zu werden wie war das 3x3 muss das sein dann ne ja und hohlraum in der mitte ne das heißt 26 stück nur und machst das nicht wie johnny und machst dann 27 und packst die mitte voll damit und heißt nachher ja der hat nicht funktioniert du bist auch immer hohl in der mitte oder wie ja da steht da steht er jetzt bei hohlraum ok steht diesmal jetzt dabei ah fein 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 so vergeigt jetzt mein ms system ach ja ja so wie du ne nein das darf nicht vergeigt 1 71 einheiten wie viel verbrauch ich denn gerade viel zu viel 71 verbrauch ich wirklich viel zu viel haha die lädt sich immer noch nicht auf 15 ach ja 15 minecraft schafft die auch nicht jetzt gestützt ja 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 der flaschen shooter ist noch tief aktiviert ja da da jetzt hältst du dich ne boi kann doch mal schnell du scheiße echt sollte reichen sollte reichen sollte aktiviert bleiben abendselig mit so wenig mit normalen öfen sind jetzt schon ladies und bisschen ladyboy ne du you are my ladyboy you are my ladyboy ich brauche noch ein bisschen lehm mein bruder ist neugierig und kommt jedes mal ins zimmer rein ich schelle einfach mal schöne grüße kann auch mal hallo sagen ja ist schon wieder raus sag mal das feige frag mal wer is wenn ich in das zimmer von meinem bruder gehe werde ich rausgeschmissen aber auch andersrum genauso mir fliegt immer irgendwas in der richtung von der tür raus das war früher so ja wenn man Knall hat knall 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 knallfrosch knallfrosch juma juma du juma juma knallfrosch du bist so ein knallfrosch 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 schoko schokolade knallfrosch knallfrosch schoko schokolade blöde k m wieso kann ich unter wasser gucken ja ja schoko schokolade läufig sehr platziert ich muss euch mal meine bogenfarm angucken ja die ist krass geworden sagt er jetzt eigentlich mal ganz weißt du oder weißt du wie der himmel brennt weinst du oder ist das der regen meine augen werden die klappen gleich richtig zusammen bist du so müde weiß ich nicht das kann ich alles das kann ich ja mich an schlaf die zink ich glaube ich nix sofort ein wie lange hast du eigentlich gepennt ich habe ganz wenig zwei zweieinhalb stunden drei stunden ich habe schön von um halb vier bis um zwölf gepennt ich muss aber unbedingt meine meine erdproduktion da oben anregen das heißt ich muss da ganz erdlos werden ja der erde erde die ganze das ganze erdlos werden hast du gerade gesagt was du musst du das ganze erdlos werden hast du gesagt erde ja soll doch verfassungs mögen die müden folgen werde ich das nennen die letzten die verpeilten folgen verweilt ist immer bestimmt johnny bist du gerade bei dem portal in der nähe ist ein portal oder bei oder zentos bist du bei dem portal in der nähe aber johnny bist du da lieber zu dem portal nicht reingehen was ist damit was auch bist du da ja schicksal auch guck mal guck mal erzählen kannst du auch durch schießen dann ist alles nicht angekommen kann man eigentlich auch durch weiß ich nicht warte mal kann man nicht doch ein pfeil ist gerade da hat er seinen spaß ich werde auch mal sehen wie das abläuft ich sehe ja nix denn eine feile durchgekommen aber nicht weit hallo hallo läuft das da oben läuft das da oben warum sollte es nicht laufen heißt er hat schon die wieder sind energie tesserakt woher alter wo willst du mit deinem e-kabel hin das ist das läuft in meinem hallo ist das plant was pflanzt du denn hier an bäume mit einer dings fahren aber im harvester fahren ja und der planter ist irgendwo drunter da du hast doch einen schaden alter warum hast du das so riesengroß bisschen größer als ich gedacht hab ja weil du radios was hast du radios 10 weil du auch hier penst aber das ist doch nie im leben radios 11 oder doch er kann das noch größer machen aber du hast ja nicht hier muss ja hier erde noch aufschütten naja das reicht schon boah es liegt hier so ein bisschen aber naja ja weil der so schnell ab erntet nein doch also muss so ein bisschen energie mehr rein nein doch ja der hat hier schon schaden ne ouch das zeigt ja alle meine basis alter wir chillen deine basis out ach ja ich brauch wieder meine dann hier ach so die gravity kann dass du uns wieder treuen kannst du brauchst erstmal neta star das gleiche was machst du bitte hm was machst du da bitte klaus niederstrom oder was nö es kann nur santos gewesen sein santos cloud aber das gleiche hat aber als fans war auch gemacht mich getreut mit diesen keine ahnung was es da war so jetzt hab ich mal ne gravity gun hier penner wo seid ihr hau ab ne gravity gun ja wie willst du ne gravity gun haben ohne neta oder neta star du kannst ne normale gravity gun kannst du auch ohne neta star bauen nur die supercharge baust du neta star und die haben schon 7 nach halb also ja ich weiß ach ja mit glowstone ja ich sehe es gerade ich habe gerade auf nur die auf supercharge geguckt aber die du kannst nicht das einfach und den wizard zu killen kannst du machen ne recht ja brauchst du diese 3 wizard skelett 4 soul sand ein bogen und ein dia schwert ne ne du kommst ne neta star raus wow 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 du nervst jetzt schon wieder johnny mit der ohne w2 da muss man nur mal kohle reinschmeißen ne ne ja komm hier ja ich würde aber holz reinschmeißen holz ja der wird aus holz also ich hab mach das mal so das werde ich halt auch so machen ich mach meine baumfarmer ich holz da rein dann habe ich einmal genau den kohl kann ich dann einmal machen dann kann ich immer mit saplings dann kann ich den boiler betreiben und mit dem mit dem was da rauskommt da teeröl genau kann ich auch noch den boiler betreiben also kann ich drei boiler betreiben das ist ganz einfach brauchst du nicht nach die haare ich mach das einfach holz in den kokofen rein da bekommst du das teeröl pumpst du in ähm in so ein liquid boiler rein und diese holzkohle die pumpst du ähm in so einen ähm normalen boiler rein ok dann verbrauchst du beides und das teeröl kannst du auch nochmal verbrauchen so aber erstmal muss ich nur normale kohle nehmen weil ich zu wenig holz hab ja warte dann warte mal wenn du zu wenig holz hast warte mal dann ich hab 4000 dann nimm dir was raus haha 4000 so ist ein knall echt und ich hab schon über dreieinhalb tausend ähm apple oak saplings und über 2000 äpfel schon wieder ja ich hab nur noch nicht so ne farm müsste ich ihn aber auch nochmal bauen aber erstmal brauche ich das ME system ja dann geht die einfacher also nimm dir was raus hier aber trotzdem brauche ich erstmal Energie ja wenn das einmal läuft dann läuft das system wirklich ich sag mal so fangen die ersten anfänge macht drei vier stromquellen und dann wenn es läuft dann läuft es genau dann läuft es da fließt es da fließt es die buchs runter so ich würde jetzt die aufnahme wenden denn wir haben nämlich schon viertel an der 20 vor elf elf ja ich würdest du nicht auch gleich machen ich könnte das jetzt noch kurz reinschmeißen ja dann mach das dann können wir zusammen aufhören ja oh 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 man seid ihr klug na na nicht so nörter bitte ja na gut dann würde ich sagen dann beenden wir hier die aufnahme wir bedanken uns für's zugucken und bis zum nächsten mal bei direwolf das trollgäser äh